Ich bin's schon wieder euer Schlau-Kopf. Ich wurde eben von vier Fischen engaged. Nami-Style. Ah, komm. Ich muss nur den drunter durchlaufen. Okay, gut. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich mag, dass die Musik schneller wird. Und ihr habt's geschafft. Wir sind wieder an Date 8-4 angekommen. Ich hab dich überrundet. Was, was ich mag? Ja, mit Warpsons. Da ist's drauf. Ich hab dich auch so überrundet wahrscheinlich. Ach man, ich konzentriere mich gerade auch überhaupt nicht. Warum nicht? Wie ist es zu einfach, hab ich recht? Weißt du, was zu einfach ist? Was? Genau. Okay. Hab ich mir schon so gedacht, um ehrlich zu sein? Sag gerade aus, es hätte mein Mario so rote Schlieren gezogen, wie bei... ... den Diktors, diese komische Maske. Schreibt's in die Kommentare. Oder der Klaaske lehren. Oder, ja. Wenn du nicht kennst, wenn du spielst, bis der 60 gespielt hast. Aber die Säule und diese komischen Vampir-Masko haben das gemacht. Ja, wenn du jetzt gar nicht spielst, bis der 60 spielen würdest, würde es ja Spaß dran haben. Ich spiele nie spiele so weit. Ja, aber er ist da einfach einen guten Raid zu haben. Da wird's erst herausfordernd. Ich mag Herausforderungen und spiel nicht. Ja gut, ich stehe da wieder. Ich spiel dir sie, weil ich Leute töten kann. Deswegen spielst du Conf Duty, weil du keine Herausforderung magst. Da ist die Herausforderung, die Kinder nicht töten zu wollen. Okay. In real life. Komplett auszurasten und alle Hurenböcke zu nennen. Was du nicht schaffst. Ich hab da bestimmt schon mal erwähnt, dass ich diese beiden Kubas hier hasse, ne? Ja, wahrscheinlich. Doch, das hab ich ganz bestimmt schon mal erwähnt. Und fliegende Fische natürlich auch. Oh, das wissen wir ja alle. Ja, ich war mir nicht mal bei mir durch den Vorgarten rumfliegen. Also, wenn ich den Vorgarten hätte. Dem allen fällt, dass immer noch Kuhkakke stinkt. Unten, Mitte, oben. Bis jetzt zum Schloss, wenn wir jetzt sieben? Ja. Safe Stealth. Best Jump Ever. Okay, wir sind wieder gleich an dem Hammerkoder angekommen. Best Jump Ever. Best Jump Ever. Nein, wieso bin ich jetzt noch reingegangen? Wir sind wieder am Anfang, hab ich recht. Fick mich kaputt. Oben. Behinderd. Nein. Mitte. Kann mir denn sowas passieren? Wie kann einem menschlichen Wesen ein Fehler passieren? Oben. Mitte. Nein, nein, nein. Unten. Mitte zur Titte zum Sack. Oben, mitten oben. Yay. Versuch's grad den Rhythmus, oder das Pattern, rauszukriegen. Muster. Hab ich schon. So, gut. Oben, Mitte oben. Bin stolz auf dich. Hab mich schon wieder einfach drunter durchgeflitzt. Die Bowsers sind das leichteste im Spiel, kann es sein. Ja, ja, sind schon ziemlich einfach. Ich finde, die Hammerbrüder am behindertsten. Klick. Klick. Besser. Noch zwei Ideen. Leute. Komm, ich wirst du noch mal schade. What the fuck? Was? Was war das gerade? Was ich gesagt hab? Ja. Leck meine Nesse. Das hab ich schon verstanden, aber wie du's gesagt hast. Ja, das war halt so, ich wollte jetzt nicht schreien. Schon ganz schön spät, nicht? Und so. Früh. Früh sind zusammen. Ich will auch nicht die Oma's und Opas wecken, die neben mir sind. Leute, übrigens. Wasser. Halt die Klappe. Hier gibt's kein Wasser, hier gibt's noch ein Ava. Es gibt Wasser-Lebwurz. Die beschäftigen sich nur damit. Oh, Legs. Wie Legs? Motherfucking Legs of Doom. Hm. Passiert. Shit happens. Aber nicht, wenn du so einen übelsten Bitch-Slap. Erklärt mir bitte, wie ich gerade gestorben bin. Schrei- reibt's in die Kommentare. Halt damit. Macht sowieso niemand. Alter, du wirst sehen, wie viele Kommentare ich haben werde. Ja, ich schreibe sie selbst runter. Jetzt bin's voll gut, Junge. Pst. Ich mach mir extra Accounts. Nee, du siehst halt immer, dass ich zwar... Du hast so Konversationen mit mir selber angefangen. Hoi Junge, lang nicht mehr gesehen. Dafür gibt es ein Stück dann eine Krankheit, die mir gerade nicht einfällt. Aufmerksamkeit, Tourismus. Das ist der Hammer, Brüder. Was, das kann doch nicht sein, dass ein Treipilze direkt aneinander hüpft dazwischen, dass es sterben kann. Ich habe heute ein riesengroßes Stück Holz gegessen. Ah, scheiße. Ja, eine große rote Kerze, was ja. Ich habe noch einen Nebeln. Abel, ab, ab. Gut, letzter Versuch, wenn ihr zur Recke warst, das ist wichtig. Ich hasse Legs. Bei Leuten Legs bei dir auch immer. Lol. Ja, das ist irgendwie so ein guter Farmer. Ich sage jetzt irgendjemand, was sagt, Soß. Lol, Soß, lass Leute spielen, Soß. Ja. Sprite ziehen. Mach dich weg, du Kackpyrami. Ja, Pflanze. Bin ich behindert? Die Antwort, nein, danke. Nein, danke. Ja. Bin ich behindert? Nein, danke. Danke der Nachfrage. Okay, danke der Nachfrage. Also, geil, wenn es das Spiel zu Spiel durchsteht, dann da wird Sternstern. Ach, äh, 1, 1. Einfach immer einen Stern davon gemacht, das ist eine schwierige Version, dann. Nur der Stern davon. Nichts verändert. Verändert? Hab ich nichts gesagt. Aber ich habe es gehört. Haha, lol. Soß. Hab ich weg, du scheiß Kackenvieh. Entschuldigung. Okay. User disconnected from your channel. Auf dich selbst zu fressen, du Octopus. Stechst mal den Octopus mit einem Stock ins Auge, die fressen sich ja selbst, voll geil. Meinst du, die sind stressig, also gestresst, wenn du denen ins Auge piekst? Ja, gestresst. Und böse. Aber es gibt ja auch guten Stress, zum Beispiel, wenn man... Oh, scheiße. Oh, scheiße, hier stehe ich schlecht. Reif nascht. Fick dich, okay. Hab es leider nicht geschafft, der scheiß Feuerwald mich getötet hat. Fireplace of Doom. Wo komm ich jetzt? Ich bin nicht auf das Safe und Quick Gehe. Achso, wieder auf den Titelbildschung. Okay. Quid pro Quo. Heißt das so? Äh, nein. Okay. Ähm, nein. Wir haben es geschafft. Damit sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sag doch nicht Tschüss. Du kannst auch einfach jetzt deine Aufnahme beenden und dann mich verlinken. Hey, nein, sie werden sagen, ich bin jetzt weg. Ach, man. Jetzt breche ich die Aufnahme ab. Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass diese Wange von Mario schlieren zieht. Ach, so ist jetzt hier. So ist die Lusche. Machst du jetzt Render-Action nebenbei? Ach, was, guck, ob es alles klappt. Oh, ich habe mich aufgenommen. Dann fällt mir auch nicht auf, wenn ich die ganze Zeit da oben bin. Scheiße, ich habe nicht Aufnahme gestoppt, ich mache die ganze Zeit. Stream-Vorschau. Das ist ja natürlich jetzt kacke. Ich bin ruhig. Okay, wie groß ist denn der Kack-Video? Es ist 1,13 Gigabyte nur. Wie groß ist denn der Kack-Video? Habe ich der gesagt? Ich glaube. Darauf zu glauben. Klappen kann man in der Kirche. Ja. Skill. Wie lange war es denn jetzt? Eine Stunde und... Sechs. Na, schon ein bisschen. Nein, schon zehn Minuten. Fuck. Gut. Movie Maker. Wie hat das jetzt? Acht. Ja. Ein bisschen mehr, bitte. Acht, acht. Acht. Hach. 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 Wenn wirklich so oft stirbst und trotzdem weiterspielst. Hach. In einer Session, natürlich. Hey, was mache ich denn gerade? Ja, ne, unsafestät halt. Wieso? So's. Warte mal, ich bin 8-1, ich kann einfach Game Over gehen. Dann habe ich wieder alle Leben. So's ist doch durchaus gut. Boah. Ups. Scheiße, ich habe... Nein. Ich habe all der vier gedrückt. Ganz aus Versehen. Natürlich, was ist das. Ganz aus Versehen passiert. Du siehst mich, wie es auf deinem Dick, dass wenn ich einfach übelstunfähige Kids werde in der Gruppe, habe ich sie einfach so als verlangen, all der vier zu drücken, weil ich aber genau weiß, dass es nicht geht, drücke ich sie einfach. Dann steht immer doch gut gemacht. Senator Trump gut gemacht. Alle sterben, wenn du sagst gut gemacht. Das ist dann aber gut, weil du hast dann so eine Anklage direkt. Das ist ja ironisch dann, wenn deine Grünen einfach fuckers sind. Fucktortovitches. Das Problem ist, ich bin im Moment so ausgeglichen irgendwie. Ich kann gar nicht richtig ragen. Ja, das Spiel ist halt durch die Musik, die so gut ist und nicht so nervig ist, wie viel von normal ist. Die habe ich rausgemacht, schon vor einer Stunde. Okay. Böp. Ich habe nur das Hüpfen geloopt im Hintergrund. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Nur das ist viel schneller als das Geräusch. Hüpf, hüpf. Das ich ja gemacht habe, war ja das von Sonic. So, nochmal so ein bisschen lang. Hüpf. Hüpf, hüpf. 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 Souls, hast mal mitgezählt. Hüpf. 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 Kann meinsино in die Kommentare schreiben, wie oft ihr was in die Kommentare schreiben solltet. Das war gerade harte Skill-Action, Skill-Action, Skill-Action. Wieso glaube ich, dass es das nicht war? War's. Na gut, es war Lack wie Sau, aber es sah schon skillig aus. Das ist sowieso, in dem Spiel Skill mit Lack bei der Steuerung. Die ist ja wirklich ein bisschen schwammig. Man kleidet immer so nicht. Ach Quatsch. Aber es ist auf alle Fälle nichts Schlimmes. Die ist ordentlich knackig auf den Punkt, präzise, durchsichtig. Ist aber besser, wenn sie zu schwammig ist. Ne, zu steif ist. Hab ich doch steif gesagt. Lol. Scharrrrr. Ich muss das, glaube ich, eigentlich nur noch sagen. Ich hieß nicht. Was? Sof's. Du hast keine LOL gesagt. Doch, du dem Läuser. Ich hab gesagt, schrrrrr. Heute, ich sag schon LOL ohne, dass ich's absichtlich sage. Scheiße, Leute, schreibt's in die Kommentare. Du hast gelacht. Du hast gelacht, also das ist legitim jetzt. Doch, wenn man was sagt und andere lachen drüber, ist es akzeptiert. Akzeptiert und zugenäht. Das hat keinen Sinn gemacht. Das hat keinen Sinn gemacht. Sei Romy. Ich bin einfach der härteste Motherfucker, weil das erste Spiel, was ich gespielt hab, Battle Toads und Battle Maniacs war. Hm. Ja, bis jetzt. Sag ich und versterbe. Zweiten Level. Den hab ich ja, glaube ich, nie durchgeschafft. Damals. Jetzt sterb ich immer am dritten, weil das dieser komische Moped Level ist. Achso, ja, das ist jetzt schwer. Jetzt scheiße. So. Der Rest ist wahrscheinlich richtig geil von dem Spiel. Da gibt's noch so einen niceen Heli Level und so. Ich sollte mal ein Let's Play dazu machen. Das sieht super gut aus. Ist halt schwer wie Sau. Ne, da wissen wir schon, was wird's nächstes. Let's racen. Oh, das dann auf alle Fälle mit Save Stats. Nicht. Glaubst du eigentlich einen kompletten Game Over? Klar. Glaub ich drei oder vier Continues. Und dann ging's von vorn los. Behinderter. Sonst hätt ich's geschafft, wahrscheinlich irgendwann einfach mal drei Tage am Stück oder so. So, lesen wir diesen komischen. Ähm. Moped Level musst du so perfekt genau sein. Ja, ja. Du hast auch keine Zeit zu reagieren, das musst du auswendig können. Oder Save State natürlich. Auf dem Original Super Nintendo? Mhm. Lol. Na gut, es geht jetzt um das Spiel. Es geht dir mal um Super Mario Bros. Wenn ihr wollt, dass wir Super Mario Bros. zwei oder drei. Auch nochmal. Ähm. Na, drei. Drei oder alle Fälle ist nicht mehr. Aber. Ich persönlich finde das eins das schwerste von den ganzen ist. Bei drei mal nicht. Du hast gerade gesagt, wenn ihr wollt, dass wir zwei oder drei machen. Ja, das heißt, da bin ich, da bin ich abgeglitten. Ich weiß. Geglitten. Na, gleiten. Wenn ihr wollt, dass wir Super Mario Bros. zwei oder drei spielen, könnt ihr es gerne schreiben. Schrrrrrrrrrrr. Reibt es in die Kommentare. Und er muss es spielen? Dwing ich ihn dazu. Ja, muss es wissen. Was ist das schön ist, da kämen wir zu viele Videos. Fickt euch doch, du Hurensohn. Fickt euch doch. Oh! Oh! Was? Ich bin gerade zwischen zwei Hammer und einem Hammer Bro durchgehüpft. in welt 83 aber zwischen zwei eng fliegenden hammer also richtig nice es geht doch wirklich es geht es dann wirklich jedes mal machen kannst ansagen am besten habe es gerade gemacht auf ansage jetzt mal rechts wieder jetzt ich lade danach aber man selbst etwas unfair ist wenn ich das so gut mache ich finde das einfach scheiße wenn ich dann meine fähigkeiten ausnutzer jetzt hätte ich einfach drunter durchlaufen können das schneidest dann raus ja ich schneide das so zusammen das aussieht gleich gestorben ich nehme auch dann die szenen aus deinem let's play wo du immer gestorben bist und schnitt ja zusammen spring mal danke spring mal mann das ist kacke zwischen den beiden hier ich hoffe das sind auch die letzten beiden und jetzt habe ich fast geladen das ist scheiße gewesen weil gerade ist richtig das gelicht geschafft das video so also stimmt da sind alles in einem stück aufgenommen wird ich bin schon wieder bei 17 Und nicht nur... Baby, kann ich den einteilen und sich... ...vergucken.